Hallo und herzlich willkommen bei RettaCampaign. Ich bin natürlich hier nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Leaves of Legends. Leaves of Legends? Nein, Leaves of Angels. Chaos. Viel Spaß. Ok, jetzt geht's los. Äh, Herausforderung drücke ich noch nicht, vielleicht gleich. Gratis. Jetzt verwenden. 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 Ah, kommt bestimmt gleich nochmal. Stört ein bisschen hier so, ne? Lass mich die ganzen Sachen einsammeln. Ah, nein. Pass auf, jetzt ist nichts mehr so einsam in hier. Oh, lol. Nichts mehr da. Öffnen. Oh, öffnen. Erst in, keine Ahnung, wie viel Stunde. Oh, ich bin zwar 68 mittlerweile, hui. Okay, wir fangen mit den O an. Oder auch nicht. Blitzmatch. Dann machen wir erstmal hier acht Stück, sodass wir halt noch ein normales Match machen. Okay, das war das letzte Blitzmatch. Jetzt ein normales Match. Da würde ich ihn einmal auf die Glocke hauen. Oder auch nicht? Doch, ich gewinne. Ich bin für hunderttausend der Hände. Hunderttausend. Deswegen. Das war kein Gegner. Das war ein Opfer. Verwenden. Verwenden. Okay, verwenden. Verwenden. Ähm. Also, oh. Das sind 320 Punkte. Brauche ich da annehmen. Dann mach erstmal diese Quest hier. Willst du den erst machen? Och, Mensch. Schade. Wenn der da schon mal läuft, mach ich hier ein paar Sachen. Ich hab einen neuen Titel. Ein Sturmreiter. Wunder. 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 Das schaffe ich ja gar nicht hier. Ach, nehmen wir den. Maximal 5 mal, zack. 55 sind noch da. Oh, ich hab grad 68, hier ist 71 mit einer Quest. Mein lieber Herr Gesorgsfrei. Das ist aber ein großer Sprung. Ja, mach die. Warum soll ich die noch machen? Engels Quest, Kopfgeld Quest. Was ist die jetzt? Du musst 5 Kopfgeld Queste machen. Oder? Da, die ist es. Engel Quest. Ah, ok. Engel Quest, eine fertig von 20. Ok. Wann mal steht den hier. Bonus. Bonus. Komme ich grad nicht weiter. Ansprüche. Achso, ich muss ja hier drauf drücken. Genau. Ich hab 24 davon. Aber erstmal die hier fertig. Ach komm, aber die auch noch. Zack. Fertig. Instance. Ah, ne noch nicht. Event. Beanspruch. Verwenden. Nächste Schatzsuche. Nächste Schatzsuche. Wie oft kann ich die Schatzsuche machen? Okay, das war's. Da. Schatzsuche auf Rabatt gehen. Okay, das war's. Immer noch Schatzsuche? Ich verstehe hier nicht. Geht das jetzt noch? Nein. Geht der? Nein. Der? Auch nicht. Nicht genügend Schlüsse. Ja. 0,0,0,0,0. Und auch kein Geld mehr. Hm. Muss ich alles einmal anklicken hier. Damit der Rotte Punkt verschwindet. Damit der Rotte Punkt verschwindet. Weg ist es. Schatzsuche. Supi. Fertig. Täglich. Täglich. Okay. Weiter geht's. Oh. Rabatt. Nichts umsonst. Noch ein. Dann gehen wir mal zum Früchtekorb. Da. Beanspruch. Schön. Und da noch was. Oh. Oder auch nicht. Posteingang. Alles beanspruchen. Gelesene. Löschen. Ja. Dann. Noch einmal Bonus gucken. Dass wir was freigeschaltet wurden wahrscheinlich. Oder. 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 Oh. Ich hab wieder vier solche Dinger gekriegt. Zack. Oh. Jetzt werde ich stark. Das rieche ich schon, dass es stark wird. Es riecht nach Stärke. Okay. Ach. Haben wir euch in den gedrückt. Mensch. Ist eigentlich egal, ob ich die alle einzeln drücke. Oder mehr. Aber. Da geht's halt schneller, ne? Boah. Erstmal das ganze. Äh. Geld hier weg machen. Sozusagen. Bei den Karten. Oh. Das war's. Solation. Jawohl. 17. Den hier. Updaten. Weiter geht's nicht. Okay. Geht's. Ne. Was ist denn das für ne Quests jetzt hier? Die hier. Nein. Hört doch, der Endings-Queste. Eins? Ich habe doch schon ein paar Queste mehr geschossen. Und, die leben noch welche. So, hier ist 4.010, nichts passiert. Der Kämpft einfach nur so darum. Ah. Einspruchen. Ah. Okay, da war die ganze Zeit fertig gewesen. Ich habe die ganze Zeit einfach so rumgekippt. Diese Zeitverschwendung. Ausrüsten. Da auch ausrüsten. Okay. Ah, ich hätte auch da drauf drücken können. Hm. Na egal. My fate will never waver. j Schmied. Einnahmen. Jetzt gehen wir mal schnell. Oh, ich glänze jetzt. Nee. Nicht wirklich. Warum soll ich denn die Sachen kaufen? Die nicht mehr. Okay. Mein Reittier. Mein tierischer Freund. Mein Relikt. Sure. Darf ich noch einen? Mais. Ich habe Mais geschenkt bekommen. Schon wieder sowas. Der kämpft davor da. Nix ist. Mist. Dann mache ich erstmal diese Quest hier. Ach je. Schon da? Oh, da reitet. Weiter weg. Schmied. Oh no's. Oh no's. Ja. Dann bin ich ja schon wieder mit dem ganzen Aufrüsten fertig. Kommt zwar immer wieder was dazwischen. Also immer wieder so kleine Sachen zum Aufrüsten. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja jetzt fertig. Ich soll die Hauptquest machen. Ich renne doch gerade dahin. Ich renne doch gerade dahin. Stadt des göttlichen Lichts. Da bin ich gerade auf dem Weg. Ja. Scheint nicht weiter weg zu sein. Oh. Statt des göttlichen Nichts. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe es geschafft. Warum wird es gerade zu dunkel? Ich hoffe. Ja, ich denke mal bestimmt ist jetzt die Kamera. Ich habe die gleich ein paar mal besiegt. Freund oder Feind? Okay. Ausrüstung. Engels-Quest, Allianz-Quest, Aufstieg-Quest 3. Aufstieg-Quest 3. Und die Dailies machen. Komm. Ach zack. Hauptquest. Wir werden jetzt einfach eine Instanz rocken. Aufstieg. Geradezu. Einmal Blitz. Und einmal Normal. Ah. 3, 2, 1. Gau. Turmjäger. Wie ist sie? Zack. Weg ist er. Ausgang. Hammer gemacht. Was wird? Was steht immer noch da? Oh, spät ist es. Ich habe es gleich Lust zur Arbeit. Go, go, go! Ich möchte auch einen Boss machen. Dreifach ist in 13 Sekunden vorbei. Das schaffe ich nicht mehr. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, SS. Ah, 2 Minuten Zeit. Okay, das schaffe ich jetzt erst. Ausgang. Ich fahre nicht bei 281. Nein, 271 war das. Von 68 auf 71, genau. So, jetzt möchte ich noch schnell einen Boss. Kann ich ja nicht machen. Dafür bin ich schon zu stark. So, ein Boss. Dum 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 dum. Man sieht den Boss ja gar nicht richtig. Hm. So, und gleich ist er down. Ich bin auf Rang 1. Naja, wenn man alleine kämpft, ne? Das ist gerade mal 150. Ich bin fast das doppelte an Level. Gut. Jetzt habe ich die Boss auch noch schnell besiegt. Das heißt, das war's denn für heute. Wenn ich jetzt so mache, mach die Daily Quest. Aber ich gehe raus, mach dann die Daily Quest trotzdem fertig. Hoffentlich. Zumindest die Erste. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dankeschön, dass du zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Videot時 mit mir habt. Bis dannTO. Habe euch viel spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüüüüch. Musik